Sieht alles einladend und verlockend aus. Das muss ich ein bisschen an die Seite schieben. Okay, da muss er ja mit mir kommen können, aber wie? Da muss er ja eigentlich mit mir kommen können. Ja, genau, im richtigen Moment los, ne? Ja, 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 ist schon gut. Ich heil mich gerade mal. Ich heil mich dann hier runter. Wer kann dann von hier aus rüber? Okay. Ablöse, dass ich von hier aus nicht runter kann. Das ist richtig mies. Das ist doof. Also nicht ganz mies. Hä? Ob ich es jetzt kaputt gemacht habe? Irgendwas habe ich da jetzt gemacht. Ich weiß nur nicht was. Ob ich es jetzt irgendwie auf halbe Strecke gelassen, oder was? Achso, jetzt geht's wieder. Nein, komm, runter mit dir. Ja, ist los. Ja, wie soll man das denn schaffen? Wir müssen den Schalter irgendwie fernsteuern. Schön für dich. Boah, ey, der Typ, der geht mir so auf die Nerven. Jedes Mal mit seinen coolen Sprüchen und keine Ahnung was. Der geht mir so'n Kack auf die Nerven. Ähm... Ich muss das irgendwie von hier aus schaffen, ne? Ha, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Uhu. Was ist los? Was ist los? Scheiße. Nein. Boah, jetzt bleibt doch nicht... Was hast du grad für ein Problem? Ich will da nur ran, um anzuducken. Der bleibt gerade an jeder Stelle hängen und keine Ahnung was. Jetzt... Ich drehe durch. Ich will dieses Overcraft nicht mehr benutzen. Ich drehe durch. Ich will dieses Teil nicht mehr benutzen müssen. Ja, 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 ja. Egal. Nicht bewegen, Miss Jade. Müsste schon reichen, ne? Ah, nein. Lass das. Jetzt. Das schaff' ich nie allein. Ja, du sollst ja auch springen, du... Mir fällt grad aus, ne? Da kann ich was drücken. Krieg ich Reparatur-Kits? Warum nicht? Ach, ist das so ein... Ah, okay. Dann macht das ja Sinn, das bei mir in Zos zu kaufen. Ich dachte, das wär einfach nur was zum Reparieren, nicht zum Erhöhen. Da ist ein... Da ist ein... Ich hab dich unterbrochen. Tut mir leid. Ist aber nicht so schlimm. Kannst du schon mit leben. Ähm... Ja, komm her! Da komm doch einfach her. Oh. Schieß doch nicht. Okay, da komm ich dann nicht durch, ne? Weil der kommt ja nicht näher. Schön. Klasse. Freut mich. Freut mich, dass das immer alles so funktioniert hier, ne? Das wär immer herrlich. Herrlich, wunderbärchen. Ja. Mir ist auch egal, ob ich da jetzt Schaden kriege oder nicht. Warum willst du das Tor öffnen? Klar, ich hab dir den Auftrag gegeben, sag ich mal, aber ich dachte nicht, dass du das dann öffnen möchtest. Oh, ich dreht euch. Dieser Typ. Der Typ ist echt furchtbar. PJ zurück. Okay, jetzt hab ich ne Abkürzung. Rückweg. Nenn das, wie du willst. Ich nenn das Abkürzung. Guck mal, was sich hier befindet. Alles so schön. Ich fahrs mal den Weg lang. Alles vertrauenserweckend, ne? Kann ich irgendwie andocken? Ich glaube, wieder so ne Kiste. Das sind doch automatische Geschützdinger. Und ich weiß noch nicht, was ich mit den Kisten mache, aber ich hab's. Ah. Sieh eine Hand. So, dann wird das einmal. Nein, wegert. Ach du Scheiße, wenn ich das da sehe, dahinter. Ah, genau in dem Moment, ne? Wow, 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 wow. Wow, wow. So, lass mich einfach nur durch... Ich kann hier andocken. War anscheinend das Ziel, laut Melodie, ne? Wir gucken mal, was gibt's hier? Nehmen wir einfach mal mit. Für unseren Herrn. So, das brauchen wir nicht besonders. Also, naja. Ich will das Hovercraft halt nicht mehr, ne? Ja, so kann das natürlich auch funktionieren. Wenn man da sehr da durchlaufen kann, ich bin neidisch. Geht das auf? Nein, geht nicht auf. Ah, praktisch. Jetzt gibt's keinen Strom mehr. Für einen kurzen Moment. Ja, mach doch mal. Geht das nämlich hier auch weg, oder? Nee, auch nicht. Echt nicht? Nee, erscheint nicht. Mist. Da komm ich da aber nicht durch. Ach, kacke. Ich dreh durch. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin soll. Was ich machen soll. Blick hier nicht durch. Hey, Hovercraft. Hast du mich schon vermisst? Mist ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht. So, was gibts hier noch? Gut. So, was gibt's hier noch? Oh, wo kam ich denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Von hier, glaub ich, oder? Ja, von hier kam ich. Ich weiß nämlich nicht, ob bei dem anderen jetzt vielleicht auch so so ein Kasten war, wo ich dann durchkomme, ne? Ich glaub, ich hätte mit ihm was machen können, aber der kann ja nicht durch solche Sachen. Durch die blauen Schranken kann er scheinbar. Durch den Rest aber nicht, ne? Auch gut, da kann er mehr als ich, was das angeht. Oh, ich bin müder. Das Spiel ermüdet. Nein, nein, mach doch! Oh, du! Scheiß Kamera wechseln, ernsthaft. Die Kamera fuckt mich richtig ab. Merkt man nicht, ne? Ich schimpf, glaub ich, die ganze Zeit jetzt gerade nur noch über die Kamera. Kann das sein? Berechtigt. Ich mache nichts. Die dreht sich, keine Ahnung, wohin. Spackt rum. Ne, hier ist nichts dergleichen, ne? Mist. Oh, nichts, was du jetzt machen könntest, Superman, ha? Nop, 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 nop. Schön. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Bleiben die denn aus? Okay. Ist ganz mal so blöd nutzlos, ne? Gut zu wissen. Ich hoffe, die bleiben dann auch richtig aus. Und nicht nur so nach dem Motto, ja, du hast jetzt das Gebiet verlassen, jetzt stimmen wir wieder an. So wie mit den Gegnern. Oh, ich drehe durch. Nehmen wir mal eine andere Richtung, wollte ich. Der Fokus ist ja auch noch so extrem hier drauf gelegt. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie hoch. Nein, bleib doch, bleib, 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 bleib. Okay. So, vielleicht komm ich hier weiter. Ich hab drei Anhaltspunkte und bei zwei kam ich schon mal nicht mehr weiter. Ey, guck mal, ich kann speichern. Ich hab nur so viel gemacht. Also dieses Schlachthaus ist sehr bescheiden. Okay, da unten ist schon mal eine Schranke. Hier komm ich aber durch. Gleich seitdem. Wir treffen uns später wieder. Okay, ich dachte... Manchmal muss man das Team... ...auflösen. Carson und Peter, Seite 824. Ich dachte schon, der meckert jetzt wiederum. Höh, ich bin zu fett dafür. Oh, hey. Da ist einer ohne einen Tank hinten drauf. Das ist nicht... ...beruhigend. Deswegen hat er keinen Tank drauf. Das ist gar nicht notwendig. Hüpfen? Wow, und dupfen. Gut, dass ihr nicht von der Plattform runterrollt. Runterdings. Die Kameraperspektive... ...wahrt. Es war es löscht sich vielleicht gut, aber für mich doof. Was ist denn das jetzt für ein Raum? Warum... Was ist hier so... Nebel? Wa... Stand hier einfach nur. Ach, die haben mich gesehen. Ist hier irgendein Weg? Scheinbar nicht. Na super. Ihr seht viel, ich seh viel. Passt alles super gut. Wo muss ich hin? Ich seh nichts. Ich hoffe, der sieht mich so nicht. Ah, fuck. Kamera ist wieder gut. Habe ich alles im Blick. Der macht sich immer nur so... Der in der Mitte hier direkt bei mir, der dreht sich komplett im Kreis. Und der macht nur in die Richtung und in die andere. Ich hab da was gesehen. Ich geh hin. Echt? Hast du was gesehen? Ich hab nichts gesehen. Weiß nicht, wovon du redest. Ist da oben irgendwas? Kann ich da hoch? Anscheinend nicht. Okay, den kann ich benutzen. Oder könnte ich benutzen. Da fehlt aber ne Sicherung. Oh, Sicherungen. Sicherungen sind ja ganz toll. Ja, ich wollte grad sagen. Ist doch kaputt. Okay, wenn wir kein Gewischt kriegen wollen, muss ich zuerst den Strom unterbrechen. Kein Platz mehr im Album. Ich hab so viele Bilder irgendwie geschossen. Random Bilder. Und wie unterbreche ich den Strom? Da. Jetzt ganz schnell. Komm schnell, nimm. Gut, so. Warte mal, ich unterbreche ich grad nochmal. Ich hab nämlich Angst, dass ich da wieder eine gewischt bekomme. Dann kann ich die benutzen. Obwohl der Strom eigentlich noch gar nicht da ist und eigentlich kein Saft sein müsste. Aber gut. Beschwer mich nicht. Okay. Ich hab mich jetzt entscheiden. Wah, das sind zwei. Okay. Ich glaub, der andere wird nicht dabei mit explodiert. Okay. Mit explodiert. Mit explodiert. Nicht. Das waren jetzt welche? Die hatten noch zwischendurch ein Schild. Das war natürlich sehr schön. Aber gut. Das Schild lassen sie kurz weg und dann klappt das ab. Eindringling! Eindringling! Reicht nicht! Was für ein Eindringling? Ich hab keine Ahnung, wovon sie da reden. Oh, ich sollte mich mal vielleicht auch wieder komplett heilen, ne? Ziemlich viel kassiert. Bestimmt nur bei den Strahlen. Oh, dann noch mal die Gifze zum Kaputt machen. Das ist eine Perle. Kann ich hier irgendwas erreichen? Erwischen? Gucken vielleicht von der Seite oder irgendwas? Schattels ohne Markierung. Damit transportieren sie die Opfer. Okay. Wollen sie das tun? Oh Gott, da geht bitte nicht weiter. Okay, ich muss auf jeden Fall durch. Ich darf nicht gesehen werden. Das dürfte aber eigentlich klappen. Das sieht schwerer, glaube ich, aus, als es eigentlich ist, ne? Okay. Schnell weg hier. Puh! Erstmal hier. Das aufmachen. Und nehmen, was da drin ist. Ich kann's nicht ganz sehen, weil Kamera denkt sich, ja, egal, ich bin einfach mal am Boden drin. Ah, die Perle? So, dann hab ich auf jeden Fall einen Fluchtweg, falls irgendwas hier schieflaufen sollte. Vielleicht sollte ich auch nochmal drumherum laufen und von der anderen Seite aus starten. Ich glaub, da hab ich bessere Chancen. Das ist so. Dann aber hier durch. Aber wenn ich nämlich erst laufe, wenn der andere da wieder zurückkommt, dann hab ich keine guten Karten. Okay, hier ist nichts. Da kann ich auch durch. Dann kann ich den Weg nämlich frei machen. Das ist auch schon mal gut. Du hast nichts gesehen. Da war überhaupt nichts. Du hast hier nur alles eingebildet. Hey, ich kann speichern! Nee, warte mal. Speichern, abbrechen, ja. Das war ja grad der aktuellste, den ich sonst hätte, den ich sonst überspeichert hätte. So, ich merk auch gerade, ich bin gerade bei fast 50 Minuten. Ja, ich hab ein bisschen die Zeit vergessen. Das sind dann wahrscheinlich zwei Folgen. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil. Bye-bye.